Hallo und herzlich willkommen liebe 96-Fans von der MKA. Im Hintergrund bereiten sich unsere Profis auf das Auswärtsspiel am Sonntag beim SC Paderborn vor und endlich mit dabei ist doch unser jüngster Neuzugang Simon Falett, unser Nummer 5 war zuletzt mit der Nationalmannschaft unterwegs und ist jetzt zum ersten Mal im Training mit dabei und wie er sich geschlagen hat und wie er seine Einheit selbst wahrgenommen hat, das erfahrt ihr hier bei 96TV. Das war gut, wir haben gut trainiert, ich habe meine Kollegen kennengelernt und ja, das war gut. Wir haben nicht viel gemacht heute, aber das war gut für mich und auch intensiv. Die haben zu mir auch schon gesagt, heute war normal, sonst ja das ist okay, da gibt es ein wichtiges Spiel am Wochenende gegen Paderborn, deswegen müssen wir Regeneration machen und auch arbeitend natürlich, aber heute war nicht so intensiv, aber das war gut für mich für ein erstes Training. Ja, ich bin immer bereit, aber die Mannschaft ist sehr gut, die haben auch gewonnen 4-1 bei diesem Derby, das war ein sehr wichtiges Sieg und ich bin da für meine Kollegen und auch für die Trainer, kein Problem. Bis zum nächsten Mal.